Hallo zusammen, ich bin Selmin, Konstrukteur im dritten Lehrjahr bei der VAT Vakuumventile AG. Das ist da drin. Drin? Wir haben angefangen. Hallo zusammen, ich bin Drin, Konstrukteur im vierten Lehrjahr. Heute würden wir euch den Berufsalltag von einem Konstrukteur näher bringen. Kommen wir doch jetzt mit. Zu meinen Tätigkeiten gehören das Konstruieren von verschiedensten Maschinenbauteilen. Ausserdem stehe ich auch noch Zeichnungen für die Fertigung und die Erstellung. Wenn du eine Lehre als Konstrukteur absolvieren willst, musst du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Sinn für technische Zusammenhänge und natürlich auch Freude am technischen Zeichnen mitbringen. Nebst dem Modellieren und Zeichnen muss ich meine Ideen am Kunden und am Herstellen präsentieren. Mit unserem 3D Drucker können wir bereits Prototypen herstellen. Wir haben sehr gut miteinander und wir haben ein super Arbeitsklima. So, das war der typische Berufsalltag von einem Konstrukteur. Falls wir eure Interesse geweckt haben, bewerben wir euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. able roll liv Untertitelung des ZDF, 2020